yo so was leute seite herzlich willkommen zu einem weiteren video auf meinem kanal leute wir machen weiter mit rapper mittwoch ist am start vom 18.5 2016 wir reagieren heute auf jizzy versus zekko denke ich mal spricht man ihn aus es war ein vorschlag von euch ihr wollt dieses battle sehen let's go ok wer soll anfangen die forze krank bettler noch nicht mal gestartet kommt hier schön in unsere dangerzone wo die fetten fliegen alle hände in die luft heidelberg das letzte match in der vorrunde sehr schön abcheck heidelberg was geht ja ok leute wie du den ganzen tag am bahnhof darf ich vorstellen sommer jam mit down syndrom stark ich muss sagen ich mag ich mag seine battles auch seine stimme irgendwie hier wegen loch im kondom ganz im ernst du kannst doch nix warum hat dein vater dich damals nicht gegen eine wand gewicht du schwanz gesicht ich komme rein und ich schlag dich raus der hurensohn wurde gezeugt auf der casting coach was ist los und übelst die starke runde nutz mal mein zb ey du fotze macht fünf gegen willi ja habibi was ist los ey yo guck mal wie ich flow ich bin silvester stallone aber du fotze broke ey yo es ist halt so aber was soll ich machen meine achi ist ja ich muss sagen er hat viel ein paar lines ein paar viele lines die unnötig waren ganz im ernst du sagst du mir zippie ich hab meine eigene porno seite jujizzi und war immer mal so lieb aufgrund ihrer anatomie hat sie bei jujizzi eigene kategorie ach was man worauf ich hinaus wollte die champi spielt bei jujizzi ganz allein die hauptrolle was ist mit jujizzi los jungen jetzt bin ich wieder in diesem modus ich liebe es wenn ich auf eure vorschläge eingehen bitte leute spammt geile battles rein er ist so schlecht sogar sein mic geht aus die faust kommt in dein gesicht krankenhaus was willst du machen du pack ich komme in deine gegend es macht das tut mir gerade leid dass ein mic ausging fuck aber er hat gut gekontert auf die mikelein also auch stark ah digga headshot du fotze master fahrt deine freudin wird gefickt von silka nacken in mein bis kommt vorbei ich bin der king komm in meine gegend mutterbagger guck ich fick den fisch ah ich komm mit drei haus wie der santa klaus und ich geb dir ne blanke faust ins krankenhaus was geht ab bruder du hast doch keinen waffenschein ich gebe dir dick in die billige pussy das ist doch nicht das ist was passiert hier krank noch einmal krankenhaus was geht ab bruder du hast doch keinen waffenschein ich gebe dir dick in die billige pussy das ist double time boah junge wie er schreit bands gegen u-bahnfahrt du hast mundgeruch wie araber am ramadan krank jizzy ist explodiert aber wirklich explodiert ich hab gar nichts verstanden land der spaß sieht aus wie nausiland ey ah was soll ich machen guck ich rapp ich kann auch double time rappen ey yo du bist ein keck hör mir Matsuis pit komm in die gegend kill denn ich bin jetzt am alt und dieser kanad ist zu blind ey yo du bist ne pitch ich fick deinen arschwoll du notensohn deine mama lutscht bei mir sie wie für einen stundenlog boah was für flows was für lines da wird ein flow krank 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 eine ganze kurze sekunde wir müssen uns kurz beraten wegen diesem technik krank wenn ich sagen würde ich muss sagen ich fand seco stark ne gab geile sachen aber ich fand jizzy stärker zwischen problem ach krass meint ihr er hat gewonnen ich hätte gesagt jizzy gewinnt ich bin gespannt wer jetzt gewonnen hat alter wie ihr mitbekommen habt gab es einen kurzen moment wo unsere technik aus irgendwelchen kosmischen strahlischen kosmischen strahlen gründen auf einmal ausgefallen ist wenn du auf diplomatisch auf tam allmann machen willst aber verkackt hast deswegen bedenkt das auch so zeigt mir eure hände du hast angefangen ne für den mc der angefangen hat hier auf meiner linken seite für jizzy zeig mir euren mc der nachgelegt hat auf meiner rechten seite für seco ja ich muss ehrlich sein ich fand bei jizzy sind mehr hände hochgegangen ich sehe mehr hände für jizzy habt ihr da kein einwand dann ist das beschlossene sache herzlich willkommen im halbfinale jizzy aber ja ich sag euch ganz ehrlich ich hab da auch mehr hände gesehen für jizzy geil geil hammer battle Leute ich hoffe euch hat die reaction gefallen auf jizzy vs seco wenn ja lasst auf jeden fall einen daumen nach oben da abonniert den kanal um die zukunft nicht zu verpassen ballert mir bitte weiterhin solche geilen vorschläge rein das wars mit dem video machts gut Leute haut rein und ciao